Die Nachricht, die Florian Silbereisen schließlich aussprach, traf Beatrice Egli wie ein Schlag ins Gesicht. Niemand hatte damit gerechnet, dass der stets fröhliche Schlagersänger, bekannt für sein karmantes Lächeln und seine fröhliche Bühnenpräsenz, plötzlich eine solch schwerwiegende Offenbarung machen würde. Die Atmosphäre war greifbar, als Florian vor den Kameras stand, bereit, das Schweigen zu brechen. Und was er zu sagen hatte, brachte Beatrice an den Rand eines emotionalen Zusammenbruchs. Seit Monaten brodelten die Gerüchte in der Schlagerszene, dass zwischen Florian und Beatrice mehr lief, als sie beide offen zugaben. Bei jedem gemeinsamen Auftritt funkelte es zwischen den beiden ein verliebter Blick hier, ein schüchternes Lächeln dort. Fans und Medien spekulierten unaufhörlich. Sind sie ein Paar, war die Frage, die alle beschäftigte. Doch trotz der intensiven Neugier, trotz der wachsenden Spannung, blieben beide stumm. Bis jetzt. Beatrice stand still neben Florian, ihre Hände leicht zitternd, als er endlich das Wort ergriff. Es gibt etwas, das ich klären muss, begann er mit ernster Stimme. Viele von euch haben sich gefragt, was wirklich zwischen Beatrice und mir ist. Heute ist der Tag, an dem ich endlich Licht ins Dunkel bringe. Die Luft schien schwer, die Fans vor den Bildschirmen hielten den Atem an. Was würde er sagen? Was hatte so lange im Verborgenen geschlummert, dass es nun endlich ans Licht gebracht werden musste? Beatrice ist nicht nur eine Kollegin, fuhr Florian fort, seine Augen fest auf das Publikum gerichtet. Sie ist nicht nur eine Freundin. In den letzten Monaten ist sie für mich zu einem der wichtigsten Menschen in meinem Leben geworden. Beatrice, die bisher versucht hatte, ihre Emotionen zu verbergen, konnte die Tränen nicht länger zurückhalten. Tränen schossen ihr in die Augen, und es war klar, dass das, was Florian zu sagen hatte, ihr nahe ging. Die Kameras zoomten auf ihr Gesicht, das von einer Mischung aus Schmerz und Überraschung gezeichnet war. Was viele nicht wissen, erklärte Florian weiter, ist, dass wir in den letzten Monaten eine besonders schwere Zeit durchgemacht haben. Er machte eine Pause, atmete tief durch und schaute Beatrice sanft an. Ich habe beschlossen, das Schweigen zu brechen, weil ich nicht will, dass weiterhin falsche Annahmen über uns gemacht werden. Die Spannung im Raum stieg ins Unermessliche. Was meinte er damit? Gab es eine Affäre, war ihre Liebe eine Illusion? Wir waren füreinander da, sagte Florian ruhig, aber nicht so, wie es die Öffentlichkeit vermutet hat. Die Worte hingen in der Luft, während Beatrice kaum mehr in der Lage war, ihre Tränen zurück zu halten. Beatrice hat mir in einer sehr schwierigen Phase beigestanden, und ich werde ihr für immer dankbar sein. Aber, Florians Stimme brach für einen Moment, bevor er fortfuhr. Aber die Wahrheit ist, dass unsere Beziehung eine rein freundschaftliche Basis hat. Es war nie mehr als das. Die Zuschauer, die bis zu diesem Moment noch eine Liebeserklärung erwartet hatten, saßen wie versteinert vor den Bildschirmen. Beatrices Tränen, die Florian zum Schweigen gebracht hatten, waren das Ergebnis einer tiefen Verbundenheit, die sie teilten doch nicht auf romantische Weise. Es war Freundschaft, gegenseitige Unterstützung in schweren Zeiten. Und dieser Moment der Klarstellung, den Florian so lange hinausgezögert hatte, war die Befreiung von einem Missverständnis, das beide lange begleitet hatte. Beatrice konnte endlich sprechen. Florian hat mir in einer der schwierigsten Zeiten meines Lebens geholfen, sagte sie leise, aber bestimmt. Ich war am Boden zerstört und wusste nicht, wie ich weitermachen sollte. Aber Florian war da. Er hat mich aufgefangen. Die Fans, die bis zu diesem Moment an eine Liebesbeziehung geglaubt hatten, mussten sich nun einem anderen Bild stellen. Es war nicht die romantische Traködie, die viele erwartet hatten. Es war eine Geschichte von Freundschaft, tiefem Vertrauen und gegenseitiger Unterstützung. Eine Verbindung, die so stark war, dass sie von außen leicht missverstanden werden konnte. Ich möchte, dass die Menschen wissen, dass man nicht immer eine romantische Beziehung braucht und füreinander da zu sein, erklärte Florian weiter. Beatrice ist für mich eine der wichtigsten Personen in meinem Leben, aber es ist eine Freundschaft, die uns so verbindet. Der emotionale Höhepunkt, der in diesem Moment erreicht war, ließ die Zuschauer verstehen, dass es nicht immer die Liebesgeschichten sind, die den größten Wert haben. Manchmal ist es die Freundschaft, die in den dunkelsten Zeiten das Licht bringt. Beatrice lächelte Florian durch ihre Tränen an. Ich danke dir, Florian, sagte sie leise. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Die Kameras schalteten sich aus, die Zuschauer atmeten aus und in diesem Moment wussten alle, die wahre Geschichte von Florian Silbereisen und Beatrice Egli war keine romantische Traködie, sondern eine Geschichte über die Macht der Freundschaft. Liebe Gott. Liebe Gott.